Leute Willkommen zu einem neuen Video heute spielen wir 2 gegen 2 mit Feigot oder Feigot oder wie ich ihn auch immer nennen soll Hallo Feigot Ähm What the fuck wieso ich schieße Feuerbälle Ja das kann man seit dem neuesten Update Achso das ist dieses Projektil was du auch bei dieser Woodhouse Ja aber ich wusste nicht genau wie das geht Also das geht irgendwie schon aber Achso das ist beim Bogen so Da kannst du ein Projektil machen und das dann Okay Du kannst auch mit Schwerzog effekte machen so dass du Sloan schlägst Ja Ja und ähm Man kann Es ist wie No Heat delay aber nicht äh Soviel Schläge also irgendwie anders Oh guck mal wir haben Diablöcke zu bauen Nice Herr der Ridge Nein Oh Double Jam Ja 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 Ey guck dir das an alter Towerboy am Start Oh lol Ja lol Ey Mit Klickspiel musst du da ganz schnell Wie viele Klicks sind das? Ne normal Neural 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 Ich auch nicht Gebe damit ganz schlechte Hits wenn die dann so hoch springen und wieder unten sind und da kann man halt immer aus der Combo rausspringen das hasse ich Ja Ja Ich geb viel bessere Hits als mit Larry Moss Nein Der baut sich mit Bedrock ein Ja Also es kann sein dass es mir nur so vorkommt aber ich geb echt viel coolere Hitses ist viel schöner so zu schlagen irgendwie Ja Danke dass wir den Killgestil fassen Oh Oh N Ja 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 Ach Ey das zu LOL Und der hat noch Punch der Bogen ne Und warte Man schießt durch sie durch auch so du musst den Ambos hin placeen perfekt Das ist so schwierig. Nein, äh, die, 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 oh nein, nein. Du hast Bleibnis, aber du kannst nur alle 10 Sekunden Bleibnis schlagen. Das ist voll gut gemacht, das Kit, das ist voll geil. Ja, und die Schlager mit dem normalen Schwert, die, er schlägt mich, aber trifft mich nicht. Ach so, du kannst mir den Dierschwert doch nicht schlagen. Ja, aber mit dem Eisenschwerter. Du kannst es nur alle 10 Sekunden halt benutzen. Du musst das auf ihn fallen lassen, so. Wenn du ihn damit killst, na, das wäre so geil. Naja, das ist schwierig mit dem Ambus. Okay, innenferle. Warte, ich, ähm, ich mach mal, ähm. Ja. So nice. Wir haben jetzt erstmal unser eigenes Kit gebaut. Oh, nein. Nein. Nein, das ist der Tier. Oh, ich hab Angst. Oh, nein, ich wollte ihn abschießen. Aber ich war auf die Erde, aber ich hab mich geschossen. Okay. Aber der Amt ist nach dem Kot. Nein.